Heute ist mein erster Tag in Stockholm und ich bin ganz früh angekommen. Das war total verrückt. Ich war morgens um fünf hier in der Stadt unterwegs und ich war komplett alleine. Auch an Plätzen, an denen normalerweise tausende Touristen sind, wie hier. Es war so cool, das Gefühl zu haben, die Stadt ganz für sich zu haben. Für mich ging es dann morgens in mein Hotel durch ganz kleine Gassen. Hier habe ich dann kurz mein Gepäck abgestellt, ein bisschen Make-up draufgepackt. Und dann ging es los, denn ich wollte mich mit meiner besten Freundin zum Frühstück treffen. Wenn ihr mal in Stockholm seid, geht unbedingt zum Downtown Camper und geht hier frühstücken. Es ist echt, echt klasse. Ich bin dann ein bisschen durch die Innenstadt gelaufen, habe die Installationen angesehen, die Merkplätze bestaunt und meine Nägel machen lassen. Das war echt gut und mal wieder Zeit. Dann bin ich noch in kleinen Lobbys gegangen und habe endlich meine Svea getroffen, mit der ich zusammen einen Podcast aufnehmen möchte. Am Nachmittag haben wir uns mit Gustav getroffen. Der ist auch Content Creator und der hat uns empfohlen, hier zu Tokio Ramen zu gehen. Da haben wir Abend gegessen. Das war sehr, sehr lecker. Richtig, richtig gut. Kann ich auch sehr empfehlen. Am Ende ging es wieder zum Hotel zurück durch Gamla Stan. Wir haben uns schon ein paar Sachen ausgesucht, die wir morgen machen wollen. Und im Hotel angekommen, haben wir dann ein bisschen Spa-Zeit gehabt und den Abend genossen. Das war richtig cool. Und wir haben so eine richtig schöne Mädelszeit hier. Morgen geht es weiter in Stockholm. Ich werde ein paar Sachen für euch auschecken. Also folgt mir gern für mehr.